Wir sind heute mit der S-Bahn Tirol unterwegs und fahren mit der S4 von Jenbach nach Innsbruck und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten im Bahnhof von Jenbach und schauen uns hier erstmal die Einfahrt meines Zuges an, bestehend aus einem Bombardier Talend. Die Besonderheit hier beim Talend im Gegensatz zu den Fahrzeugen, die wir aus Deutschland kennen, ist, dass er hier elektrisch verkehrt, also den Strom aus der Oberleitung bezieht und nicht wie bei uns als Dieseltriebzug unterwegs ist. Wir sind hier in einem modernisierten Talend unterwegs, man erkennt es an den modernen Sitzen und auch außen im Cityjet-Design der ÖBB gestaltet. Hier im Tirol können die Züge der S-Bahn genauso gut auf den Regionalbahn und Regionalexpress sowie Cityjet-Express-Linien zum Einsatz kommen. Da gibt es also keinen Unterschied zwischen den Fahrzeugen. Demzufolge wird hier auch wirklich der absolute Großteil der Verbindung im Inntal rund um Innsbruck mit den Bombardier Talend erbracht. Die Strecke, die wir hier befahren, gibt es in zwei Varianten. Einmal die reguläre Strecke, die wir jetzt mit der S-Bahn befahren und eine Schnellfahrstrecke, die immer wieder einige Abschnitte mit Tunnels umfährt. Das Ganze ist die Unter-Inntalbahn und wir fahren hier auch immer wieder am namensgebenden Fluss, dem Inn entlang. Unser erster Halt nach Jenbach ist dann Stanz. Der Bahnhof liegt unmittelbar vor dem Stanzer Tunnel und kurz darauf erreichen wir dann mit Schwarz den ersten größeren und wichtigeren Zwischenhalt. Weitere Zwischenstationen auf unserer Route sind heute Piel-Vomperbach, Tervens-Wehr, Fritzens-Wattens vor das Baumkirchen, Hall in Tirol, Hall Tower, Rum und Innsbruck Messe. Und ja, der Bahnhof heißt wirklich Rum, wieder Rum, wieder Alkohol und wird auch genauso geschrieben. Die Strecke ist landschaftlich natürlich sehr interessant und sehr reizvoll, da wir hier eben durch die Alpen fahren. Ich glaube, es gibt wenige Bahnstrecken in den Alpen, die nicht sehenswert sind und hier natürlich diese Strecke keine Ausnahme, obwohl es hier weniger große Kunstbaut, mal abgesehen von Tunnels gibt. Keine größeren Brücken, es wird auch kein größerer Höhenunterschied überwunden, da wir hier eigentlich immer parallel zum Inn fahren. Aber allein der Ausblick auf die Berge, gerade bei so einem tollen Wetter wie heute, macht diese Strecke wirklich sehr sehenswert. Man kann sie natürlich mit der S-Bahn befahren, dann sieht man auch alles oder auch mit den Regionalzügen. Wenn man im Fernverkehr unterwegs ist, dann muss man eben hier gerade zwischen Innsbruck und Kufstein damit rechnen, dass einige Teile der Strecke mit Tunnels umfahren werden. Also wer die ganze Strecke sehen will, sollte dann doch die Regionalzüge verwenden. Die S-Bahn von Tirol ist übrigens ein ziemlich großes Netz. Fast alle Zugverbindungen im Regionalverkehr in Tirol sind irgendwie in dieses Netz integriert, entweder mit einer eigenen S-Bahn Nummer. Es gibt acht Linien, aber auch die Regionallinien gehören mehr oder weniger mit dazu, sind also mit eingebunden in dieses Netz. Dass das wirklich ein sehr großes Netz ist, das teilweise bis nach Italien reicht, aber auch nach Deutschland, nämlich die Linie S6. Die führt nach Seefeld in Tirol, beziehungsweise wird häufig bis nach Garmisch-Partenkirchen verlängert, beziehungsweise einige Züge durchgebunden. Von dort weiter als Regionalbahn dann bis nach München und auch die Außerfernbahn von Garmisch nach Fronten zählt zur S-Bahn Tirol, obwohl sie von der Deutschen Bahn betrieben wird. Also wirklich ein interessantes und großes Netz. Hier haben wir derweil dann schon Innsbruck Hauptbahnhof erreicht. Hier steige ich dann aus und um und hier wird es dann im nächsten Video auch weitergehen. Übrigens gibt es noch eine Besonderheit bei diesen Fahrzeugen hier, die werde ich euch aber in einem späteren Video zeigen. Das war es damit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder an geteilten Links erfreuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.